Wann und wie du am besten deine Preise erhöhen solltest. Darum geht es in diesem Video und ich werde dir im Detail klar verraten, wann du in der Lage dafür bist und die klare Gesprächsführung dafür mitgeben, sodass du nach dem Video direkt weißt, wie du es anwenden kannst. Let's go! Dazu möchte ich dir eine kleine Background-Story erzählen. Als ich 2019 meine Preise erhöhen wollte, fragte mal ein ehemaliger Kunde an. Ich hatte das letzte Mal mit dem Kunden 2017, 2018 gearbeitet. Und in dieser Zwischenzeit, also in diesem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr war das, hatte ich sehr viel über A-B-Testing und Conversion-Rate-Optimierung gelernt. Und gedacht, cool, für den Kunden damals, 2018 hatte ich so für einen Stundensatz von 80 Euro gearbeitet. Aber da ich so viel gelernt hatte, ging es um einen Workshop. Und ich dachte, ey, im Workshop, da sind zwei Mitarbeitende von dir mit drin. Ich werde mal vier Stunden Workshop für 1.500 Euro bepreisen. Und habe denen das einfach per Mail geschrieben, weil der Kunde sagt, hey Maron, du hast dir ein bisschen was über A-B-Testing gelernt. Dann hattest du mal Lust, dass du das mal in einem Meeting uns mitteilst. Ich würde Mitarbeiter so und so mitnehmen. Und das würde uns super helfen. Und ich dachte, ja, cool, können wir machen. Vier Stunden für 1.500. Ich dachte, geil. Der Kunde war außer sich. Ganz kurz angeleinte E-Mail. Hey Maron, nee, das wäre ja umgerechnet so und so viel Euro die Stunde. Das sind ja fast 500 Euro die Stunde, die du umgerechnet bekommen würdest. Machen wir nicht. Und ich dachte, what? Ich war total gekränkt, verärgert und dann auch so ein bisschen ängstlich. Habe ich was falsch gemacht? Verdammt, warum ist das so nach hinten losgegangen? Dann kam kein Deal mit dem Kunden zustande. Lose, lose. Rückblickend, jetzt wo ich hunderte Kunden beraten habe, selber Sachen probiert habe und gesehen habe, was funktioniert und was nicht, weiß ich genau, was an welchen Stellen falsch lief. So ist das Kunden-Stacking-Framework entstanden, mit dem wir viele Kunden in unserer Beratung auch unterstützen. Wir haben es anhand von hunderten Freelancern und Agenturinhabern getestet. Und dieses Framework hilft unseren Kunden reihenweise dabei, ihre Kunden selber bei ihren Kunden die Preise anzuheben und mehr Umsatz zu machen. Wie zum Beispiel dieser Kunde, der bei einem Vielmann-Projekt einfach mal direkt 10% erhöhen konnte. Dieser Kunde, der einen Bestandskunden um 25 Euro mehr die Stunde erhöhen konnte. oder diese Kundin, die gesagt hat, durch das Kunden-Stacking habe ich meinen Kundenstamm so verbessert, dass ich jetzt 22.000 Euro monatlich verdiene. Also stay tuned, in diesem kurzen YouTube-Video werde ich euch genau darüber aufklären, wie dieses Framework aussieht und es dir genau vorstellen, sodass du es mitnehmen kannst. Bevor ich starte, warum solltest du mir zuhören, wenn du hier neu auf meinem Kanal bist, vielleicht auf dem YouTube-Video, was du gerade anschaust oder den Podcast, den du da anhörst. Mein Name ist Marwan, von 2014 bis 2019 war ich Freelancer. Das ist ja sogar noch mein Behance, was online ist mit den Projekten, weil damit ihr halt wirklich seht, ich habe diese Dinge wirklich alle gemacht und ich habe gefreelancet und ich habe designt und ich habe gecodet. 2020 ist die Final Freelancing gestartet. Das ist mein erstes Büro im WeWork. Das waren drei oder vier Quadratmeter. Da ist die Idee entstanden, da habe ich das gegründet. Das war so ein Ausschnitt davon, da war ich total hyped. Da ist die Idee gewachsen. 2020 habe ich offiziell gegründet. Und mittlerweile sind wir 15 Mitarbeitende mit einem Büro hier am Hamburger Hafen und wir durften über 900 Freelancer beraten. Und daher kommt dieses Framework. Das heißt, das ist etwas, was aus der Praxis kommt. Ich bin ein kleiner Instagram-Suchti. Ich weiß, dass viele von euch, die diese Videos schauen, wissen gar nicht, dass ich auf Instagram bin. Hier der QR-Code, scan das gerne, folg mir auf Instagram. Ich poste mal, wie ich morgens arbeite. Also wahrscheinlich, wenn du das jetzt scannst, habe ich irgendwas in meiner Story gepostet. Ich poste, wie ich morgens arbeite. Beim Feierabend poste ich manchmal, wie ich Fingerboarde. Ab und zu poste ich, wie ich echt skate. Manchmal poste ich, wie ich meinen Jumbo-Döner esse. Einmal in der Woche. Manchmal poste ich, wie ich mit dem Cabrio durch die Gegend fahre. Und ganz, ganz manchmal kommt auch ein bisschen Mehrwert bei rum, wo ich so beschreibe, wie wir Workshops für Kunden aufbereiten. Also auf jeden Fall Dinge, die du mitnehmen kannst. Genug davon. Lass uns zum Kunden-Stacking-Framework kommen. Und zwar zu diesem Framework. Das. Und zwar zu diesem Framework. Wann sollte ich meine Preise erhöhen? Und die Architektur von Kunden-Stacking stelle ich dir vor. Und ich stelle dir vor, wie du deine Preise erhöhst. Also wann ist es an der Zeit und wie. Wann sollte ich meine Preise erhöhen? Und darum geht es jetzt. Lass uns loslegen. Also, wenn das hier die hundertprozentige Auslastung ist. Auslastung hundertprozentig ist, je nachdem, wie viele Stunden du pro Woche arbeitest. 40, 50, 60, 70, 30. Das ist deine persönliche Sache. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Das macht deine hundertprozentige Auslastung aus. Wenn das jetzt dein Kundenstamm ist, hast du in der Regel mehrere Kunden, die du bedienst. Manche haben auch nur einen Kunden. Das funktioniert auch, wenn du im Projektgeschäft bist mit einem Kunden. Und dann musst du erstmal die Qualität deiner Kunden definieren. Das heißt, du hast Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3, Kunde 4. Aber die sind nicht gleich wichtig. Es gibt unterschiedliche Faktoren für die Qualität von Kunden. Erster Faktor, Gesamtumsatz, den du mit dem Kunden pro Jahr machst. Der zweite Faktor, der effektive Stundensatz. Ich hatte Kunden, wo ich die Dinge immer besser und immer schneller gemacht habe. Und es war ein kommunizierter Stundensatz von 90 Euro oder 80 Euro. Aber ich habe halb so viel Zeit gebraucht. Dann war mein effektiver Stundensatz höher. Manche Kundenarbeit ist so ergebnisbasiert. Unsere meisten Kunden arbeiten ergebnisbasiert. Da hast du trotzdem einen effektiven Stundensatz. Das heißt, wie hoch ist dein effektiver Stundensatz? Punkt Nummer 3. Wie gerne arbeitest du mit dem Kunden? Das ist ein Soft-Faktor, der aber sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte damals Kunden in der Selbstständigkeit. Als ich Freelancer war, ich musste alleine die Betreffzeile lesen und ich habe Bauchschmerzen bekommen. Und andere Kunden, wo ich aus dem Meeting gegangen bin und total gut drauf war, die haben die komplette Energie angerufen. Die konnten Leadership, die haben mich motiviert. Es war eher ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du sagst, Maron, wie messe ich das? Nimm einfach Bauchschmerzfaktor 0 bis 10. Und zahlt der Kunde auf deine Karrierevision ein. Ganz wichtig. Das heißt, ist das ein Kunde, den du gerne in dein Portfolio nehmen würdest? Ist das ein Kunde, der auf die Richtung einzahlt, in die du dich entwickeln willst? Langfristig. Das zählt auch dazu. Und daraus, wenn du jetzt hier sagst, das ist quantifizierbar, das ist quantifizierbar, das ist auch quantifizierbar, das ist ein qualitativer Wert. Das hier ist auch quantifizierbar von 0 bis 10. Hier kannst du 0 bis 10 und das hier sind zwei Geldwerte. Daraus kannst du das Score errechnen und du könntest sagen, so, daraus ergeben sich A, B und C Kunden. Jetzt hast du auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den Kunden. Wann fängst du mit dem Stacking an? Wenn du eine gute Auslastung hast und regelmäßig Projekte aus Auslastungsgründen ablehnen musst. Das ist mein Grund, ich kann dir nicht annehmen, ich bin schon voll. Ein Zeichen dafür, dass dieses Framework, was ich dir gleich zeige, sehr geeignet ist für das, was du vorhast. Grundsätzlich ist gute Auslastung alles, was mehr als 80% ist, nicht 100%. Idealerweise bin ich bei einer guten Auslastung bei 80%. Die restlichen 20% solltest du am Business arbeiten, wenigstens das solltest du am Business arbeiten, an deinem Marketing arbeiten, an deiner Positionierung arbeiten, damit du nicht nur stumpf mit der Axt dem Baum fällst, sondern auch regelmäßig die Axt schärfst. Großer Fehler, den viele machen, habe ich auch damals gemacht. Ich war in einem Projekt, war in meiner Höhle und bin nach drei oder sechs Monaten aus meinem Winterschlaf gekommen und hatte eine leere Pipeline. Keine Nachfrage, keine neuen Leute, die irgendwie angefragt haben. Und wenn deine Preise von Bestandskunden nicht mehr zeitgemäß sind. Ich hatte irgendwann Kunden, das war in den ersten Jahren meine Selbstständigkeit, bei denen war ich bei 80, 90 Euro die Stunde und ich hatte noch alte Kunden, bei denen war ich noch bei 55, 50 Euro die Stunde. Das heißt, die Kluft zwischen alten Bestandskunden und neuen Kunden wurde immer größer. Das ist zum Nachteil sogar der Kunden, die du so lange schon hast, weil du immer lustloser bist und immer demotivierter bist, um an diesen Dingen zu arbeiten. Das ist einfach ein Interessenkonflikt. Auch ein Zeichen, dass du stacken kannst. Und wie funktioniert stacken? Wir wollen C-Kunden zum A-Kunden entwickeln. Daher kommt das Stapeln. Das heißt, wir entwickeln einen C-Kunden, hier Kunde 3 oder Kunde 4 sind C-Kunden, zu einem neuen A-Kunden. Deswegen stacken wir die Kunden. Wie funktioniert das? Wenn der Kunde 3 und 4 oder C-Kunde zustimmt, hast du ihn wieder zu einem neuen A-Kunden entwickelt. Und dann bist du Punkt. Und wenn die ablehnt, dann fällt sie raus und du kannst die neue Anfrage annehmen. Das ist die Eleganz dabei. Also ich hoffe, du kannst mir folgen. Wenn Kunde 4 hier in C-Kunde zustimmt zum Kunden-Stacking, ich erkläre dir gleich, wie das funktioniert, dann hast du plötzlich, ohne einen neuen Kunden aufzunehmen, die Qualität deiner Kunden erhöht, indem du Preise oder Rahmenbedingungen geändert hast. Wenn er nicht zustimmt, ist dir das egal, weil du eh eine gute Auslastung hast und gerade mehr Anfrage bekommst. So, dann nimmst du die Anfrage an. Das heißt, hier bist du für Kunden-Stacking geeignet, wenn du eine hohe Auslastung von mindestens 80% hast. In diesem Bild ist es eine Auslastung von 100%. Wenn du weniger als 80% hast, bist du nicht dafür geeignet. Dann würde ich eher neue Kunden annehmen, bis du auf 80% kommst und dann Bestandskunden optimieren. Ganz wichtig. Warum ist das so wichtig? Wenn du keine gute Auslastung hast, bringt es dich in eine schwache Verhandlungsposition. Es gibt den Spruch, derjenige ist am stärksten in einer Verhandlungsposition, dem der Outcome egal ist. Und das ist super wichtig, wenn du an Kunden-Stacking denkst. Jeder Neukunde sollte mindestens so gut wie ein A-Kunde sein. Ich habe dir gerade erzählt, die Faktoren anhand derer du messen kannst, wie die Qualität von Kunden ist. Wir fangen unten an zu stacken. Offensichtlich, ich erzähle das nochmal warum, du fängst bei der schlechtesten Qualität an, die zu stacken. Anstatt bei A-Kunden. Weil bei A-Kunden pokerst du und dann die Nein sagen, fällt dir ein A-Kunde weg. Und wir kreieren ein Win-Win-Outcome. Wenn der Kunde zusagt, der C-Kunde, hast du einen neuen A-Kunden. Wenn der Up sagt, machst du Platz für eine neue Anfrage, für einen potenziellen A-Kunden. So, jetzt weißt du, wann du deine Preise erhöhen solltest und wie die Architektur von Kunden-Stacking aussieht. Jetzt erkläre ich dir, wie du deine Preise erhöhst. Was du auf keinen Fall machen solltest, hey lieber Kunde, ich habe es in einem Final-Free-Racing-Video jetzt gesehen auf YouTube und mir steht das zu, ich sollte Kunden-Stacking machen. Und ab sofort möchte ich folgenden Stundensatz. Oder bluffen und sagen, so sieht das aus und hoffen, dass es gut geht. Und der Kunde sagt Nein und dir fällt sehr viel Umsatz weg. Sonst wird es euch so gehen wie mir damals mit der Story, die ich eingangs erzählt habe. Wie funktioniert das? Um richtig deine Preise zu erhöhen, brauchst du extrem viel Fingerspitzengefühl, Kommunikationsskills und Menschenkenntnisse. Das ist ganz, ganz wichtig. Leider haben das die wenigsten von uns. Und es ist kein Meister von Mimbel gefallen. Ich hatte das damals auch nicht. In einigen Dingen habe ich es immer noch nicht. Deswegen schaust du dir das Video an. Das heißt, was ich nicht möchte, dass du sagst, ich bin halt jemand, der das nicht so gut kann. Liegt mir nicht so. Das ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Ich konnte das auch nicht. Das ist ein gutes Zeichen, dass du das Video schaust oder dir den Podcast anhörst, weil wir das gerade trainieren. Das heißt, verkauf dich nicht unter Wert. Das bekommen wir hin. Let's go. Das Kunden-Stacking-Framework, was ich dir jetzt präsentiere, gibt dir einen festen Fahrplan mit an die Hand, den du ab heute immer wieder nutzen kannst. Ready? Let's go. Es funktioniert folgendermaßen. Definiere im Vorfeld klar, was du möchtest und wie weit du gehen kannst oder willst. Von den Preisen, von den Dingen, warum. Dann läufst du nicht Gefahr, dass du emotional handelst, aus einer Kurzschlussentscheidung handelst und dich zu etwas Falschem commitest. Es gibt nichts Unangenehmeres, als Ja zu einer Sache zu sagen, um eine Woche später wieder zurück zu rodern. Gehe in einen Inferior Frame. Das heißt, in einen unterlegenen Frame. Du entschuldigst dich schon fast. Hey, lieber Kunde, wir müssen mal sprechen. Warum ist das so? Kunden, die dich buchen, als Agentur, als Freelancer, haben immer auch das Gefühl ein bisschen, dass sie dir auch was Gutes tun, weil sie ein neues Geschäft bei dir machen. Und wenn du jetzt anfängst, die Spielregeln komplett zu definieren, haben sie das Gefühl, dass sie nicht wertgeschätzt und respektiert werden. Das ist denen ganz, ganz, ganz wichtig. Gib ihnen diese Wertschätzung und diesen Respekt. Es kostet nichts. In der Regel erhältst du das zurück und es hilft dir, dein Ziel zu erreichen. Das heißt, das ist nicht so, hey, lieber Kunde, wir machen das so, sondern ich mache mal gleich meinen Testdurchlauf. Bevor du dann deine Sachen einbringst, highlighte die Vergangenheit positiv und belege das idealerweise mit Zahlen, Daten und Fakten. Future Pacing. Dann gehst du in die Zukunft. Was wir, sprich hier immer im Plural von wir, nicht was ich für euch machen will, wir. Was wir noch vorhaben und worauf das einzahlt. Ich habe meinen Kunden erzählt und gesagt, hey, wir können dann das und das und das machen. Und der Kunde erzählt mir beim Abendessen, Maron, weißt du, warum ich es liebe, mit dir zusammenzuarbeiten? Und ich meinte, warum? Warum? Du sprichst immer von wir. Das gibt mir das Gefühl, dass du dich extrem verantwortlich fühlst für die Ergebnisse, die wir bekommen. Als wenn du ein fester Bestandteil des Teams wärst. Und deswegen spreche ich immer von wir und nicht von ich und ihr. Spreche, was ihr noch vorhabt und worauf das einzahlt. Spreche bitte vom Ziel hinter dem Ziel. Weg von Neuritalk. Spreche nicht von irgendwelchen Architekturumgebungen und Entwicklungsumgebungen und wie ihr das alles ändert, sondern warum es das Unternehmen sicherer macht. Warum dieses Feature ihnen dabei hilft, mehr Umsatz zu machen. Warum die neue Website, wenn ihr noch SEO dafür macht, dabei hilft, langfristig profitabler zu sein, weil sie weniger Ads schalten müssen. Das Ziel hinter dem Ziel. Das heißt, Aussagen, Sprache, Fragen lenken den Fokus auf die wichtigen Dinge. Ich habe jetzt den Fokus auf die Vergangenheit. Zeit positiv, boah, geil, wir haben schon so viel gemacht. Zukunft, boah, das haben wir noch alles vor. Und dann kommt ein Dilemma plus ein Anker. Ich bin gerade in Gesprächen für andere Projekte, bei denen ich beim Preis XY bin, höher als das, was du planst zu bekommen. Weil angenommen, du planst den Kunden, wie ich dir vorhin in dem Kundenergebnis gezeigt habe, um 25 Euro zu erhöhen. Du bist jetzt bei ihm bei 75 Euro. Du willst ihn von 75 Euro pro Stunde auf 100 Euro bekommen. Ich bin gerade in Gesprächen bei anderen Kunden, bei denen es um 120, 125 Euro geht. So, du solltest nie lügen. Das heißt, schau, dass du diese Gespräche hast, wenn du mehr Anfragen hast, wo ihr das in den Raum schmeißt. Das heißt, ich bin gerade in Gesprächen bei 120, 125 Euro. Was mache ich gerade? Ich setze einen Anker. Scheiße, der wird von 75 auf 125 Euro gehen. Und dann Zeugrudern. Aber wir haben in der Vergangenheit ja folgende Dinge gemacht. Und es macht unheimlich Spaß, mit dir zu arbeiten. und es ist ja wichtig, mir ist es wichtig, dass ich mit einem Kunden mich entwickle. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich bisher entwickelt habe und ich glaube, wir können uns auch weiterentwickeln. Und ich schätze Loyalität. Das heißt, ihr habt schon bereits so viel Auftrag bei mir gelassen und ich möchte, dass es langfristig weitergeht. Und das hier würde ich nur machen, dieses Zeugrudern-Wert erwähnen, wenn du Bock weiterhin auf den Kunden hast. Wenn du keinen Bock hast, kannst du hier auch ein bisschen weniger Dinge erwähnen. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, ist es ein offensichtliches Ablehnungsangebot. Und dann kommt der neue Preis. Deswegen bin ich bereit, euch weiterhin zu unterstützen für nur statt der 125 Euro für 105 Euro die Stunde. Und dann non-monetary Items hinzufügen. Wir wollen nie einfach nur einen Preisanstieg. Idealerweise wollen wir irgendwas dafür bekommen. Und das Spannende ist, aus unseren hunderten Kunden, die wir beraten haben, und ich kenne das selber als Freelancer, ich kenne das so, dass man den Kunden eh Dinge gibt, die vorher nicht festgelegt waren. Zusätzliche Feedback-Loops, E-Mail, Kommunikation, Telefonkommunikation, die du nicht faktoriert hast, das sind Dinge, dann sagst du, aber zukünftig gibt es immer ein zusätzliches Feedback-Loop gratis. Natürlich musst du das eingrenzen, einen Rahmen für bestehende Features, für so viele Story-Points, für diese Designs, für eine bestehende Kampagne. Und auch E-Mails und Kommunikation, die du vorher nicht extra faktoriert hast. Du sagst, hey, diese Dinge sind mit drin. Das sind Dinge, die eh schon mit drin sind, aber der Kunde hat einen logischen Grund, warum das auch jetzt ansteigt, kann es vielleicht auch intern besser vertreten. Und dann ganz wichtig, eine angemessene Akklimatisierungsphase kommunizieren. Was meine ich damit? Wenn du bereits ein Jahr mit deinem Kunden bist, ist das sehr abrupt und sehr respektlos, wenn du sagst, okay, ab nächster Woche ändert sich das. Unabhängig, ob ihr einen Vertrag habt, der dir das erlaubt oder nicht. Das heißt, wenn du ein Jahr mit deinem Kunden bist, sollte er mindestens vier Wochen Vorlaufzeit haben. Das ganze, lieber Kunde, wird ab dem 1.9., 1.10. greifen. Bis dahin bleibt alles beim Alten. Wenn du noch letzte Dinge brauchst oder du das danach nicht weitermachen kannst, let me know. Ich schaue, dass ich sie noch erledigt bekomme. Das meine ich mit Respekt, Professionalität und Wertschätzung. Wenn ihr drei Monate zusammenarbeitet, braucht ihr nicht einen Monat. Dann reichen auch eineinhalb Wochen, zwei Wochen. Das heißt, gucke, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, dass die Akklimatisierungsphase in Relation zu der bestehenden Zusammenarbeit einen Sinn ergibt und fair ist für den Kunden. Damit er nicht unter Druck gerät oder du ihn nicht erpresst, sage ich mal jetzt bewusst ein bisschen aggressiver ausgedrückt. Wie sieht das Gespräch aus? Das Kundenstaking Framework. Ich gehe jetzt nochmal durch anhand eines Beispiels. Also, du definierst vorher, mal angenommen, du hast einen Kunden für 75 Euro die Stunde und du hast mehr Anfragen. Also, du weißt, dass der Zeitpunkt richtig ist, weil du das Video jetzt gerade geschaut hast und sagst, okay, ich will ihn auf mindestens 100 Euro bekommen. Dann sagst du beim nächsten Gespräch, wenn ihr sprecht oder holt es ein Gespräch an und sagst, hey, lieber Kunde, richtig cool, ich weiß ja, was wir haben. Ich muss über eine Sache sprechen, die mir echt nicht leicht fällt und das tut mir auch wirklich leid, aber ich bekomme gerade konstant Anfragen über Projekte, bei denen Stundensätze von 120, 125 Euro im Raum stehen. Wir haben hier in der Vergangenheit für euch das Tracking aufgesetzt, wir haben ein paar erfolgreiche A-B-Tests gemacht, die uns mehr Umsatz gebracht haben und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das Wissen, das ich mitgebracht habe, auch ins Team getragen wurde und dass sie davon profitiert haben. Ich habe total Lust, dass den Prozess, den wir jetzt aufgesetzt haben, dass wir den, dass ich den Prozess, unter dem ich arbeite, dass ich in Zukunft bei euch aufsetze, so, dass ihr autark arbeiten könnt und nicht ganz so abhängig von mir seid, dass ich den Mitarbeitenden mehr unter die Arme greife und dass wir die Profit-Objectives, die wir für den Online-Shop haben, im nächsten Jahr erreichen oder zumindest näher kommen. Mein Dilemma ist halt nur, dass, wie gesagt, ich bin bei den anderen bei Gesprächen bei 125 Euro und du kennst das selber, du bist selber Unternehmer, natürlich wird das immer attraktiver für mich, wenn ich hier halt schon ein ganzes Stück weniger verdiene. Was mir aber wichtig ist, das Zusammenarbeiten mit dir macht Spaß. Wir arbeiten mittlerweile schon ein Jahr zusammen und ich habe auch echt Bock auf das Team und ich weiß, dass es immer auf Augenhöhe mit euch stattfindet. Das heißt, ab dem 1.10. bin ich leider gezwungen, meinen Preis anzuheben, aber ich bin bereit, euch entgegenzukommen und einen Rabatt auf meinen Stundensatz zu geben. Also statt der 120 Euro wäre ich bereit, euch 100 Euro zu geben. Im Gegenzug werde ich keine E-Mails berechnen, keine Telefonate berechnen und wenn diese Feedback-Loops vorkommen, die in der Vergangenheit berechnet wurden, gibt es die dazu, da gibt es nochmal klare Rahmenbedingungen, aber das hilft euch auch ein bisschen, dass es nicht ganz so aufs Geld geht. Und wie gesagt, ihr habt bis zum 1.10. Zeit, ich freue mich super, wenn es weitergeht und wenn ihr sagt, ich könnte das nicht machen, kann ich das komplett nachvollziehen, dann bringt mir nochmal alle Dinge, dann könnt ihr nochmal einen kleinen Plan machen und so ein kleines Offboarding machen, die Dinge, die ich noch erledigen muss, bevor ich weggehe. Das wäre jetzt so ein Beispiel, habe ich euch gebracht, aber so kann das aussehen. Ich war wertschätzend, aber ich habe klar definiert, was ich möchte, was geht und was nicht geht. Und dieses Stacking-Framework hat unseren Kunden bei Dingen geholfen, wie dass jemand sagt, hey, ich mache 30K im Monat, obwohl die Person alleine ist. Oder Kunden, die sagen, hey, ich habe 80K für 6 Monate, ein Kundenauftragsvolumen für 80K im Laufe von 6 Monaten gewonnen. Das ist ein SAP-Entwickler übrigens. Oder jemand sagt, hey, ich habe jetzt 8K für eine Website und ich konnte die Dinge viel besser sellen. Das heißt, das ist das Kundenstacking-Framework. Ganz wichtig, bist du in der Lage, das zu machen? Keine Überschätzung, kein Bluffing. Das machen wir nicht. Das muss ehrlich und authentisch sein. Und ich habe dir gerade erklärt, wie du das machst, kannst du gerne hier Dinge screenshotten als Stütze für dich, wenn du in diesen Gesprächen bist, wenn dir das hilft. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Eine Sache noch, wenn dir das Video gefallen hat, bitte spread the love. Ich gebe mir Mühe für diese Videos. Abonniere uns auf YouTube. So viele schauen und abonnieren nicht. Abonniere mich auf Instagram. Lass ein Like da, lass ein Kommentar da. Und wenn du Fragen dazu hast, scanne diesen QR-Code. Ich checke täglich mein Instagram, weil ich so ein Instagram-Suchti bin. Ich antworte dir da drauf und ich habe wahrscheinlich, wenn du jetzt auf Instagram gehst, irgendeine Story aus meinem Alltag gepostet, je nachdem, weil du dir das Video anschaust. Bis dahin bedanke ich mich, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Vielen Dank. Mein Name ist Maron von der Fahne, die Freelancing, the Futures Freelance. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.